Eine grausame Beziehungstat erschüttert Amerika. Mindestens drei Menschen werden bei einer Schießerei an einer Grundschule im kalifornischen San Bernardino getötet. Bei den Toten handelt es sich um eine Lehrerin, einem achtjährigen Schüler und dem Schützen. Der Täter erschießt vor der gesamten Klasse seine Ehefrau. Die Polizei spricht bei dem Angriff von einem erweiterten Selbstmord. Die Schule ist derzeit abgesperrt. Polizeichef Jared Bergen schreibt auf seiner Twitter-Seite, die Polizeiarbeiten dauern immer noch an. Wir gehen aber davon aus, dass die Gefahr vorbei ist. Die Stadt San Bernardino ist 2015 Schauplatz des schwersten islamistisch motivierten Anschlags in den USA, seit den Anschlägen des 11. Septembers. Am 2. Dezember 2015 erschießen zwei Pakistan-stämmige Attentäter in einem Behindertendienstleistungszentrum 14 Personen. Und verletzten 20 weitere. Einer der Attentäter schwirrt kurz vor der Tat auf Facebook der Terrormiliz IS die Treue.